Heute bauen wir Angular Routing Animation. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Tutorial. Heute geht es mal wieder um Angular und das ist ein kleines Aufbau-Video auf dem Video, was unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, und zwar das Angular Animation Module Video. Wir werden uns heute darum kümmern, wie können wir Animationen bauen, die das Routing betreffen. Das heißt, wenn ich zwischen zwei Seiten wechsle, in einer Mobile App, in einer Desktop App, wie kann ich das Ganze animieren? Das Ganze ist ziemlich cool und steigert im Prinzip den Wert oder den ersichtlichen Wert einer Applikation enorm, weil es einfach deutlich besser aussieht, wenn das Ganze schön animiert wird, anstatt dass es einfach so klingend ist. Und deswegen werden wir damit direkt loslegen. Falls ihr Fragen zu diesem Video habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Discord. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Das ist eine Community, wo ihr Fragen stellen könnt, Fragen beantworten könnt und so weiter. Aber wir wollen jetzt keine Zeit verlieren und legen direkt los. Viel Spaß, auf geht's! So los geht's mit dem heutigen Video. Hier in der Seite seht ihr schon das, was wir heute machen werden. Und zwar haben wir hier eine Angular-App. Ich kann hier durch die Menüpunkte navigieren und wie ihr seht, verändert sich die Seite bzw. das Ganze wird wunderbar animiert. Und das ist auch nicht wirklich schwer nachzubauen. Allerdings vorneweg einen kleinen Disclaimer, bevor wir loslegen. Ich werde hier viele Angular Basics überspringen, beispielsweise wie man hier diese Page 1, Page 3, Page 2 und so weiter anlegt, was die Dateien hier bedeuten und viele andere kleinere Mechaniken, die ich in verschiedenen Videos schon aufgeführt habe. Und zwar einmal ist unten in der Videobeschreibung eine Reihe verlinkt, eine achtteilige Angular-Reihe. Dort lernt ihr die ganzen Basics. Und zusätzlich ist dort auch ein Angular Animation-Modul-Video verlinkt. Da lernt ihr die Basics mit dem Animation, also wie man Animationen aufbaut und so weiter. Heute geht es explizit um die Routing-Animations. Aber genug erzählt, jetzt legen wir erst mal los. So, jetzt haben wir eine Plane-Umgebung. Das heißt nicht ganz Plane, ich habe schon einige Sachen vorbereitet. Einmal habe ich halt wie gesagt drei verschiedene Komponenten generiert, diese nicht wirklich verändert. Das Einzige, was ich hier verändert habe, ist einmal eine H2 hier reingeschrieben, ein P-Tag hier reingeschrieben, ein bisschen CSS hinzugefügt, dass hier ein Hintergrundbild hinterliegt, dass das 100% Höhe und Weite bekommt, und dass der ganze Part in der Mitte in einer, also zentriert ist, dass wie ihr es gerade gesehen habt, mehr oder weniger. In der TS habe ich nichts gemacht und die Testdatei ist sowieso unverändert. Das gilt hier für alle drei Sachen. Was heißt, diese drei Pages habe ich generiert, habe nur ein bisschen Inhalt reingepackt und mehr habe ich damit nicht gemacht. Das spielt für das Routing, was wir später nutzen werden, nicht wirklich eine Rolle. Deswegen werde ich die jetzt hier auch nicht weiter beachten. Das nächste, was ich gemacht habe, ist, als ich Angular, also das Projekt, initialisiert habe, habe ich schon gesagt, dass ich Routing gerne nutzen würde. Deswegen hat Angular mir standardmäßig hier dieses AppRoutingModule.es auf die oberste Ebene gelegt und damit werden wir gleich eine ganze Menge machen. Allerdings das erste, was man verstehen muss oder einfügen muss, wisst ihr aus dem letzten Video, was wir gemacht haben über Animationen. Bei AppModule muss etwas hinzugefügt werden und zwar müssen wir hier unser BrowserAnimationModule hinzufügen und das müssen wir ebenfalls hier unten in Imports auch noch importieren. Zack, das Ganze können wir jetzt abspeichern und damit sind wir jetzt in der Lage, richtig Animation nutzen zu können. Hier ist zusätzlich auch noch das AppRoutingModule automatisch von Angular hinzugefügt worden. Sofern ihr das bei euch noch nicht automatisch hinzugefügt habt, dann müsst ihr das hier ebenfalls noch reinkopieren und hier unten ebenfalls AppRoutingModule importieren. Das reicht jetzt aber in der Module.ts, mehr machen wir hier erstmal nicht und das können wir daher einfach schließen. Ja, ohne schließen. So, können wir einfach schließen und das nächste, was wir machen ist, wir müssen jetzt unsere RoutingModule anpassen, weil ihr seht ja hier an der Seite ist es weiß. Das hat mehr oder weniger den Grund, weil wir hier noch nichts laden, was heißt unsere ganzen Files sind noch leer. Das einzige, was ich hier schon hinzugefügt habe, ist halt hier oben einmal eine Navigation in unsere AppKomponent und hier unten haben wir unser RoutingOutlet. Und zwar dieses RoutingOutlet hat hier schon einige Werte, dazu kommen wir gleich, wie gesagt, aber erstmal müssen wir unsere AppRouting anpassen, damit Angular weiß, was wir eigentlich genau wollen. Das Ganze kann man ziemlich simpel. Diese Datei wird, wie gesagt, komplett automatisch von Angular generiert. Hier machen wir jetzt einfach eine neue Zeile auf, machen eine geschweifte Klammer auf und wieder zu und sagen Pass und unser Pass ist, wenn er leer ist, dann soll er irgendwo hin verlinken. Wir sagen Match Full, was heißt es soll, das müssen wir auch in Klammer machen, wenn der Pass muss wirklich zu 100% passen, damit verlinkt wird. Und er soll uns dann anschließend zu einer Komponente führen, in unserem Fall sagen wir PageOneComponent, was heißt, dahin soll er uns standardmäßig führen. Das nächste, was wir machen ist, wir fügen noch ein zusätzliches Attribut, ein Data-Attribut an. Dazu schreiben wir einfach Data, machen hier drin noch einmal geschweifte Klammer auf und zu und sagen hier Animation und sagen hier Klammer, Anführungszeichen, One. Damit haben wir im Prinzip unseren ersten Pfad generiert. Hier können wir jetzt reinklicken und das Ganze importieren. So wird unsere Komponente, die wir hier unter Pages, PageOne haben, wird hier jetzt hinzugefügt. Das, was wir hier jetzt gemacht haben, brauchen wir noch ein paar Mal. Das kopiere ich mir jetzt einfach, mache hier Komma, Komma, Komma. So, das Ganze können wir uns jetzt einmal ordentlich strukturieren lassen, zack, und können hier jetzt noch ein bisschen was anpassen. Das mache ich auch mal eben in neue Zeilen. Und zwar, das erste, was wir haben, ist, wenn unser Link zu One geht, dann soll er ebenfalls zu PageOne verlinken und ebenfalls die Animation One abspielen. Wenn im Pass Two steht, dann soll er nicht mehr zu One verlinken, sondern direkt zu Two und soll auch die Animation Two abspielen und das gleiche für Three. Und hier soll er dann zu Komponente Nummer Three verlinken und soll die Animation Three abspielen. Diese beiden müssen wir natürlich jetzt noch importieren. Das gilt natürlich für jede eurer Komponenten, die ihr animieren wollt. So haben wir jetzt im Prinzip eingestellt, einmal, welche Komponenten es überhaupt gibt, zwischen denen er navigieren kann. Und wir haben zusätzlich eingestellt, welche Animationen abgespielt werden sollen, wenn die Komponente geladen wird. Das ist einfach hilfreich zur Navigation, wenn ihr beispielsweise, wie wir, gleich nach links oder nach rechts machen wollt. Wenn ihr natürlich alles gleich, zum Beispiel ihr wollt alles ausfaden oder so, dann könnt ihr theoretisch dieses Data-Attribut auch weglassen. Wir brauchen das, können das jetzt so abspeichern. Mehr machen wir in unserem Module nicht. Ihr seht jetzt, wurde gerade schon unser One geladen, weil er jetzt weiß, wenn nichts in der URL steht, dann soll er die PageOne-Komponent laden, was er gerade getan hat. Und damit können wir das hier einfach zumachen. Das nächste, was wir brauchen ist, was ich gerade schon gezeigt habe, in der App-Komponent habe ich einmal eine Navigation. Die ist hier oben. Das sind diese One, Two, Three. Wenn ich hier klicke, navigiert ihr auch schon durch die einzelnen Seiten durch, halt noch nicht animiert. Und das habe ich einmal hier oben mit einem Router-Link gemacht, wo er einfach das hinzufügt. Das ist dann nur der Aktivstatus, der vergeben wird. Das unterstreicht er hier einfach nur so ein ganz bisschen. Das seht ihr wahrscheinlich gar nicht in dem Video. Und hier unten ist das deutlich Wichtigere. Und zwar haben wir als erstes hier eine Animation, und zwar RouteAnimations. Dazu kommen wir später. Das ist eine ganz normale Animation. Was deutlich entscheidender ist, ist dieser Tag hier. Und zwar Hashtag, Outlet und dann Outlet. Damit können wir jetzt im Prinzip unsere, ja, unser Out, also dahin, wo er navigiert und von wo er kommt, auslesen. Und das machen wir jetzt unserer App-Komponent. Deswegen öffnen wir die einmal. Und hier fügen wir etwas hinzu. Das ist eine absolute Angular Basic-Funktion. Die könnt ihr so aus der Documentary kopieren. Ich habe es fast noch nirgendwo anders gesehen. Die wird eigentlich standardmäßig immer so verwendet. Deswegen müssen wir das jetzt noch importieren. Und haben jetzt im Prinzip dafür gesorgt, dass in dem Moment, wenn wir hier etwas Neues laden, wird eine Animation getriggert. Und diese Animation wird etwas übergeben. Und zwar returnt diese Funktion mehr oder weniger das, was in Data drin steht. Also, wenn wir jetzt hier in unserer Routing sind, beispielsweise bei Seite 1, also Pass 1, dann gibt er uns hier 1 zurück. Was heißt, diese Funktion würde uns in dem Moment, wenn wir die Seite 1 laden, 1 zurückgeben. Und das ist genau das, was wir wollen, weil damit können wir entscheiden, wie wir animieren. Das Ganze können wir jetzt abspeichern. Und das passt erstmal so. Das Einzige, was jetzt noch hinzukommen muss, wir müssen natürlich noch eine Animation definieren. Deswegen schmeißt er uns hier gerade auch diesen Fehler raus überall. Und das habe ich hier oben, haben wir einen Ordner mit Unterstrich Animations. Und hier erzeugen wir uns zwei neue Dateien. Einmal eine Index.ts und einmal New File Animation.ts. Warum eine Index.ts, das ist ziemlich simpel. Und zwar fügen wir jetzt hier etwas ein. Und zwar sagen wir jetzt hier Export alles from Animation. Was heißt, alles, was wir später in Animation definieren als Export, also jede Art von Animationen, können wir später ansteuern. Das Schöne ist, in dem Moment, wo wir das alles über eine Index.ts formieren, können wir hier beispielsweise auch später 60 oder noch mehr unterschiedliche Animationen haben, die einfach nur auf diesen Ordner verlinken müssen. Was heißt, ihr müsst gar nicht mehr wissen, wie genau die einzelnen Dateien heißen oder so etwas, sondern ihr könnt alles wunderbar direkt über einen Index-File sortieren. Das ist einfach ein bisschen bessere Practice. Deswegen sollte man das immer so machen, wenn man weiß, dass hier später mehrere kommen. In unserem Fall haben wir jetzt hier unsere Animation-Tairs. Und hier fügen wir dasselbe ein, was wir letztes Mal schon benutzt haben. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Und zwar als erstes diese Animation hier. Was heißt, wir haben hier wieder unseren Trigger, Transition, Style, Query, Group und Animate. Das Einzige, was neu ist, ist hier dieser Group-Tag. Das Nächste, was wir machen, ist, wir fügen unsere Animation ein. Und zwar sagen wir Export, Slide-in, Animation, Trigger, Route-Animation. Was heißt, hier haben wir ja in unserer Index.html Route-Animations definiert. Die greifen wir hier wieder auf. Und wir haben ja einfach eine Variable, nämlich Slide-in-Animation definiert. Das kopieren wir uns jetzt, gehen hier in unsere Komponent und sagen hier, Komma, Animations, Klammer auf, Klammer zu. Machen hier das Ganze auf. Fügen hier Slide-in-Animations ein. Das sollte bei euch dann automatisch hinzugefügt werden. Ihr seht jetzt hier oben auch schon, dass das, was ich gerade erklärt habe, direkt aus dem Ordner geladen wird und nicht aus der Datei. Okay, und jetzt können wir das Ganze hier abspeichern und können das hier fast abspeichern. Was heißt, was fehlt uns noch? Uns fehlt natürlich hier unten noch das Ganze, müssen wir ja irgendwie schließen. In dem Moment kann ich das hier auch wieder zumachen. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und in dem Moment haben wir hier theoretisch eine Animation definiert, aber hier ist ja noch nichts drin. Was heißt, das kommt jetzt? Und zwar als erstes kommt die in Klammern Standard-Funktion. Und zwar sagen wir Transition und was soll Transition werden von egal was, soll es, egal wie und was passiert, soll es hin und her animiert werden. Und zwar soll jetzt hier etwas passieren. Und zwar das erste, was passieren soll, wir definieren einen Standard-Style. Das ist in unserem Fall einfach Position Relative. Das nächste, was wir machen, haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Wir suchen uns einen Query, nämlich alle Elemente, die hinzukommen und alle Elemente, die den Screen sozusagen verlassen. Das Ganze schließen wir natürlich wieder. Und zwar sagen wir hier ebenfalls mit Optional True. Das müssen wir, weil sonst wird euch ein Fehler rausgeschmissen. Und hier drin definieren wir jetzt den Style, den unsere beiden Elemente bekommen. Und zwar einmal Position Absolute, Top Left 0, Wizz 100%. So haben wir jetzt im Prinzip schon standardmäßig alles ein bisschen gestylt. Zusätzlich wollen wir jetzt aber weitermachen. Und zwar wollen wir sagen, okay, unser Enter bekommt ein weiteres Objekt. Was heißt, hier wollen wir zusätzlich ein Style vergeben. In unserem Fall einfach nur Style Left. Was heißt, das Objekt, was entert, in unserem Fall beispielsweise die Seite 2, wenn wir auf Seite 1 sind, schieben wir so rechts rüber, dass die hier außerhalb des Screens liegt rechts. Damit wir die später einfach nach links rüber ziehen können. Das Ganze müssen wir natürlich auch wieder schließen mit Optional True. Und jetzt kommt das neue Tag. Und zwar kommt jetzt ein Group Tag. Und zwar zack. Und das Ganze müssen wir natürlich ebenfalls wieder schließen. Und jetzt haben wir das Ganze geschlossen. Und jetzt können wir hier drin noch ein bisschen was gestalten. Und zwar, wie gesagt, das Element, was hinzukommt, also unser Enter, müssen wir jetzt festlegen. Was heißt, wir haben jetzt hier in unserem Group Tag unser Enter Objekt, also die neue Seite, uns rausgesucht. Und die soll jetzt animiert werden. Und in unserem Fall wollen wir die, wie gesagt, nach links rüber ziehen. Was heißt, wir müssen das Left, das wir hier auf 100 gesetzt haben, müssen wir hier wieder auf 0 setzen. Einfach mit Animate und Style und das Ganze auf 0 runterziehen. Das würde jetzt so funktionieren. Das müssen wir natürlich jetzt noch spiegeln. Was heißt, wir haben hier nicht nur ein Element, was geht, sondern wir haben hier auch ein Element, was hinzukommt, was standardmäßig die Position 0 hat. Das müssen wir dann nach links rausziehen. Wie gesagt, Group sorgt dafür, dass das Ganze automatisch passiert. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und wir hier drin sind, kann ich jetzt immer so weitergehen. Und ihr seht schon, egal was ich mache, es geht immer, kommt von links rein und geht nach links rein. Also die Seite verlässt nach links und kommt von rechts rein. Das heißt, egal welche Kombination ich mache, es geht immer in dieselbe Richtung. Das Ganze funktioniert schon ganz gut und ich will jetzt einmal kurz demonstrieren, was ohne dieses Group Tag passiert. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier rausgehe, dann seht ihr, dass sich das so übereinander wegschiebt. Das kann auch ein Effekt sein, der gewollt ist. In unserem Fall, wo diese Hintergrundbilder zueinander passen, finde ich erst persönlich nicht so schön. Das heißt, ich will, dass die Animationen gleichzeitig ausgeführt werden, also einfach synchron. Und das seht ihr, sieht einfach ein bisschen besser aus. Grundsätzlich haben wir ja aber hier in unserer App-Komponent etwas hinzugefügt. Und zwar haben wir ja hier unser Router Outlet, der über diese Funktionen uns ausgibt, welche Seite, welche Animation wirklich ausgeführt werden soll. Was heißt, unsere Animation kennt beispielsweise 1. Was heißt, wenn ich hier sage, von 1 zu 2 soll etwas passieren, dann kann ich jetzt sagen, okay, ich bin jetzt hier im Zustand 1 und wenn ich zum Zustand 2 gehe, dann soll der so nach links diese Animation machen und von 2 nach 3 springt der jetzt einfach nur. Was heißt, hier führt er keine Animation aus, sondern nur, wenn ich von 1 zu 2 gehe. Sonst macht er diese Animation nicht. Der Vorteil ist, oder gleichzeitig auch der Nachteil, wir müssen jetzt für jede mögliche Variante das Ganze definieren. Was heißt beispielsweise ebenfalls von 1, was passiert, wenn ich zum Zustand 3 gehe. Dann soll er das ebenfalls genauso machen. Was heißt, wenn ich jetzt auf 1 bin, zu 2 gehe, dann slidet er rüber und wenn ich auf 1 bin und zu 3 gehe, dann slidet er ebenfalls rüber. Da wir natürlich nicht nur in eine Richtung gehen, haben wir natürlich mehrere Kombinationen. Und zwar haben wir jetzt hier von 2 zu 3 soll er ebenfalls auf diese Variante sliden. Gleichzeitig soll er aber, wenn beispielsweise von 2 zu 1 geht, also wieder rückwärts, soll er das Ganze negativieren. Was heißt, unser Enter-Element bekommt jetzt standardmäßig, dass es hier drüben liegt und unser Element, was uns verlässt sozusagen, hier unten, schieben wir standardmäßig auf die andere Seite raus. Was heißt, in dem Moment, wo ich jetzt auf 2 bin und zu 1 gehe, schiebt er uns jetzt genau in die falsche Richtung. Was heißt, das funktioniert schon mal wunderbar. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir haben jetzt hier 2 und wir wollen zu 3. Das haben wir ja schon. Was heißt, wenn wir auf 2 sind, können wir zu 3 gehen. Aber wenn ich auf 3 bin, kann ich noch nicht zu 2. Und ich kann auch noch nicht zu 1, kann ich. Aber von 3 zu 1 können wir noch nicht und von 3 zu 2 können wir noch nicht. Was heißt, wir müssen jetzt hier sagen, von 3 to 1 schieben wir genauso auf dieselbe Weise. Und von 3 to 2 schieben wir ebenfalls auf die zweite Weise. Was heißt, jetzt haben wir insgesamt 6 mögliche Kombinationen, die wir hier aufgelistet haben. Und wir können jetzt hier einfach durch die Gegend schieben. Wie gesagt, natürlich ist das jetzt hier ein extremer Fall. Man kann das Ganze natürlich deutlich angenehmer schreiben, beispielsweise einfach mit so Wildcards, dass man zum Beispiel sagt, von 1 kann ich auch, egal zu was, möchte ich immer mit dieser Version schieben. Und von 3 kann ich nämlich auch sagen, egal zu was, schiebe ich immer mit derselben Animation. Weil egal, ob ich 3 zu 1 schiebe oder 3 zu 2, es ist immer nach links. Dasselbe gilt halt auch für 1. Das heißt, egal in welche Richtung ich das schiebe, es ist immer gleich. Das Einzige, was sich hier in Klammern unterscheidet, ist quasi das in der Mitte. Von 2 zu 3 muss ich halt links rüber und von 2 zu 1 muss ich halt rechts rüber. So habe ich das Ganze jetzt schon auf 4 runtergekürzt. Was heißt, das ist eine bessere Version, einfach wenn man das ein bisschen schreiben möchte. Aber wie ihr seht, funktioniert das wunderbar. Und das ist ein kleines Feature. Also es ist wirklich nicht viel Arbeit, wenn man das einmal definiert hat. Ist das nicht viel Arbeit in eure App, in eure Elektron-Anwendung, in eure Website zu implementieren. Und es steigert einfach den optischen Wert der Anwendung enorm, wenn das Ganze slidet und nicht nur einfach hin und her blinkt. Allerdings muss man sagen, in dieser Animation kann man sehr, sehr, sehr viel Zeit stecken. Vor allem, wenn man anfängt, diese auch noch zu stagen und so weiter. Und man muss wirklich darauf achten, dass die Animation einem vernünftigen Muster folgen. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben drei Menüpunkte habe und ich zwischen diesen hin und her klicke, dann macht es einfach Sinn, dass die in derselben Reihenfolge hin und her navigieren, wie die Menüpunkte auch zu sehen sind. Was heißt, wenn ich jetzt hier von eins auf drei klicke und die Seite sich irgendwie komisch rausdreht oder irgendwas passiert, dann ist das einfach nicht so die richtige User Experience und das erwarten die Nutzer nicht und das verwirrt die Nutzer, weil sie nicht wissen, von wo der Inhalt kommt und so weiter. Deswegen achtet darauf etwas. Gleichzeitig, wenn ihr beispielsweise Overlays oder sowas habt, ihr habt zum Beispiel unten noch eine Footer-Navigation, ihr klickt da drauf und eine Seite wird von hier größer, das ist zum Beispiel etwas Schönes, weil die dann direkt mit dem Button in Verbindung gebracht wird. Aber lasst eure Kreativität freien Lauf und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so damit gebaut habt. So, das war's für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung Facebook, Twitter, Discord, Instagram und so weiter, schaut vorbei. Wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr dort aber auch Amazon Affiliate oder Patreon, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.